Mit einem Zwischenbaurahmen platzierst du deinen Trockner sicher auf deiner Waschmaschine, damit die Geräte beim Schleudern nicht verrutschen. Wenn du in deinem Haus also Platz spannen möchtest, indem du die Geräte aufeinander stapelst, solltest du unbedingt einen Zwischenbaurahmen benutzen. Den Zwischenbaurahmen platzierst du zwischen die beiden Geräte und befestigst ihn mit einem mitgelieferten Spanngurt. Wenn der Spanngurt noch nicht richtig festgezogen ist, dann stehen die Geräte auch nicht stabil genug aufeinander. Es ist also wichtig zu checken, dass der Spanngurt auch wirklich festgezogen ist. Wenn du die Geräte in einer Nische aufstellen möchtest, dann solltest du beachten, dass die Kunststoffabdeckung vom Gurtspanner etwas absteht. Bei Q-Blue bieten wir ausschließlich universelle Zwischenbaurahmen an, die sind also kompatibel mit fast allen Waschmaschinen und Trocknern. Die von Bluebild haben wir selber hergestellt und denen schenken wir so viel Vertrauen, dass du darauf fünf Jahre Garantie bekommst. Wie geil ist das denn? Ein Zwischenbaurahmen ist nicht nur sicher, sondern auch praktisch. So kannst du ihn zum Beispiel ausfahren, um deine Wäsche draufzufalten oder einen Wäschekorb draufzustellen. Es gibt auch Zwischenbaurahmen mit einem eingebauten Wäscheständer, auf dem du deine nasse Wäsche aufhängen kannst. Wenn du bei uns den Anschluss-Service mit Zwischenbaurahmen bestellst, dann stellen wir dein Gerät oder deine Geräte an deinen gewünschten Platz, schließen sie für dich an und montieren natürlich auch den Zwischenbaurahmen für dich. Wenn du das Ganze lieber selber machen möchtest, klick dann hier unten in der Beschreibung auf den Link. Dort findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du das machst.